Holen Sie sich jetzt die kostenlose CineStar-Card. Punkte, Prämien, großes Kino. Bei jedem Kauf fließen automatisch wertvolle Punkte auf Ihr Konto. Und diese können Sie ganz einfach wieder gegen Freitickets eintauschen. Erleben Sie die ganze facettenreiche CineStar-Welt mit Ihrer CineStar-Card. Zum Beispiel außergewöhnliche Kino-Highlights. Live-Übertragungen von den größten Bühnen der Welt. Sternstunden der Klassik. Und Rock und Pop vom Feinsten. CineStar-Card-Inhaber genießen viele Vorteile. Zum Beispiel tolle Prämien und Gewinnspiele. Preisangebote zu Film-Previews. Bei Snacks und Getränken sparen. Doppelte Punkte sammeln. VIP-Infos zu Filmen und Stars. Und unsere treuesten Kunden haben die Chance auf Einladungen zu Premieren und Film-Events. Stars hautnah zum Anfassen bei CineStar. Regisseure und Schauspieler sind regelmäßig auf Kinotouren bei uns zu Gast. Die CineStar-Card. Ein Muss für jeden Kino-Fan. Jetzt anmelden und 250 Punkte sichern. Weitere Infos auf CineStar.de. Dukilometer Untertitelung des ZDF, 2020